Im Stern habe ich gelesen, ob der Thüringer Ministerpräsident Althaus als Vorbestrafter weitermachen darf. Also gelesen habe ich nur das Titelbild, den Rest kann man sich erdenken. Mir war der Sterntitel aufgefallen, weil keine nackte Frau drauf war. Ob Althaus weitermachen darf, ich würde sagen, wenn er in der Regierung weniger gefährlich ist als auf der Schiebpiste. Morgen geht's weiter. Untertitelung des ZDF, 2020